Musik Salü, bienvenue mis ami. Habt ihr ebenso wie ich, damals als Kind, die Sendung Sesamstraße geliebt? Ich meine jetzt nicht die ab den 90er Jahren immer schlechter werdende moderne Sesamstraße, sondern ich spreche hier von jener, die ab Ende der 1960er Jahre produziert wurde, also dem Original. Falls ja, dann seid ihr jetzt hier bei mir genau richtig gelandet, denn ich spreche heute über eine berühmt-berüchtigte Folge dieser Kinderserie, die nur einmal und danach nie wieder ausgestrahlt wurde. Wer in den 1970er Jahren seine Kindheit verbracht hat, wird sich daran erinnern können, dass ab 1973 die Sesamstraße auch in Deutschland ausgestrahlt wurde. Zu dieser Zeit noch nicht wie gewohnt mit Samson, Tiffy und Co. als eigentliche Rahmenhandlung, sondern anfangs noch in der amerikanischen Fassung mit deutscher Synchronisation mit Bibo und Oscar. Es war 1976, als eine der gruseligsten Episoden dieser beliebten Kinderserie über den Bildschirm flimmerte und seine kleinen Zuschauer in Angst und Schrecken versetzte. Ein ungemütlicher Herbststum pfiff um die Ecken, als Bewohner David zum Himmel blickte und sah, dass irgendwas von dort oben herunterzufallen schien. Ein merkwürdiger Toner klang und als er merkte, dass ihm beinahe ein Besen auf den Kopf gefallen wäre, stellte er verwundert fest, dass mit Herabfallen des Besens ganz plötzlich der Wind wie weggeblasen war. Er schaute sich unsicher und ängstlich um, während wiederum eine unheilvolle Melodie erklang. Die Kamera zoomte zur nächsten Straßenecke, wo plötzlich eine alte Hexe erschien, von David jedoch nicht wahrgenommen wurde, obwohl sie laut und garstig vor sich hin blubberte. Als sie den Besen erblickte, stürzte sie auf ihn zu und verlangte von ihm, dass er ihr den Besen wiedergeben solle, da dieser ihr gehöre. Es gab ein Wortgefecht, doch David war nicht dazu bereit, den Besen aus seiner Hand zu geben. Fortan versuchte die Hexe nun heimtückisch an das Ding zu kommen und versetzte somit die gesamte Senamstraße in Aufruhr. So weit, so gut, wären da nicht noch diese ebenfalls unter angsteinflößenden Klängen elektrischen Schläge gewesen, die die Hexe voll unter Strom setzten, welche wenig später mit einem qualmenden Puff verschwand, bis sie irgendwann wieder unerwartet auftauchte, creepy auflachte und abermals ihr Unwesen trieb. Zwischendurch wurden natürlich gewunnte Einspieler gesendet, in welchen Kinder Ernie und Bert etc. zu Gesicht bekamen, das ABC und Zähnen lernen konnten. Und diese Einspieler waren im Gesamten auch recht lang gehalten, sodass man letztlich schon fast gar nicht mehr an diese Rahmenhandlung gedacht hatte, bis einen eben doch wieder die Hexe erschreckte. Ich habe diese Folge nun im Ganzen vor einigen Tagen zu Gesicht bekommen und sie mir von A bis Z angeschaut, denn seit kurzem macht sie hier auf YouTube nahezu die Runde, wenn auch nur im englischen Originalton. Doch wie gesagt, diese Folge wurde generell nur einmal ausgestrahlt, ehe sie dann bis zum heutigen Tage unauffindbar war. Somit muss und kann man also davon ausgehen, dass sie niemals für das deutsche Publikum angeboten wurde, was also heißt, dass es selbstverständlich auch keine deutsche Synchronfassung davon gibt. Was zudem sehr auffällt, ist die Länge dieser Folge, welche sich auf an die 60 Minuten beläuft. Denn eigentlich ist man an eine Spieldauer von ca. 25 Minuten pro Episode gewöhnt, obgleich es bereits 1971 60-minütige Sesamstraßenfolgen gab, die allerdings als sogenanntes Testprogramm liefen, bevor die Vorschulserie 1973 regulär ins deutsche TV-Programm aufgenommen wurde. Des Weiteren gehe ich persönlich zusätzlich davon aus, dass es sich in diesem Fall um eine Art Special gehandelt haben kann. Denn zumindest kann man das Gefühl bekommen, dass das Team rund um die Sesamstraßenproduktion bei Herstellung dieser Episode bereits absolut in Halloween-Stimmung gewesen sein muss. Darauf lässt zumindest das Tailtape schließen, welches auf den 10. Oktober 1975 datiert ist, obgleich die eigentliche TV-Erst-Ausstrahlung wohl erst am 10. Februar 1976 stattgefunden haben soll. Abgesehen davon ist jedoch Fakt, dass mit der ersten TV-Ausstrahlung viele Kinder Panik bekommen haben müssen. Denn nachdem diese Folge gelaufen war, soll es eine unglaubliche Flut an Briefen gegeben haben, die sich an die Verantwortlichen der Sendung richteten und letztlich zur Verbannung dieser Episode führten. Zumal bis heute so manche der damaligen Zielgruppe davon berichten sollen, dass sie bei dieser Folge echte Angst hatten und zudem von Albträumen geplagt wurden. Und selbst heute bewegt diese Folge Menschen, die in den 1970er Jahren noch lange nicht geboren waren, diese besondere Ära also überhaupt nicht mitbekommen konnten. So gibt es beispielsweise Creepypasta-Stories, welche so bunt und echt ausgeschmückt wurden, dass man meinen könnte, es müsse sich um einen knallharten Horrorfilm handeln. Besonders cool und spooky ist dabei die Story, es wäre plötzlich ein schwarzer Bildschirm zu sehen gewesen, auf welchem wenig später ein Schriftzug A Day in Kermitland gestanden hätte und noch wenig später Kermit selbst zu sehen gewesen wäre, der völlig würder hergelabert hätte. Für alle, die bisher noch nicht viel Erfahrung mit Creepypasta und oder Bummen vor dem Horrorgenre haben sollten, Keine Angst, das ist so wirklich nicht geschehen. Von daher haut euch die Folge rein, schwelgt ein wenig in Nostalgie und nicht das Gruseln vergessen. Bis dahin, Salü ab und zu mir zusammen.